Die Sorte ist ganz neu, die heißt, helft mir nach Hause zu kommen. Hey Leute, ich hab hier ein kleines Problem. Was ist denn los? Könnt ihr mir helfen nach Hause zu kommen? Ted, Sie sind was Besonderes. Aber Sie haben nichts Positives geleistet. Ich sag's ja, Sport ist für den Arsch, was hast du jetzt davon? Der hatte einen positiven Effekt auf mich. Nein, ich hab echt Angst, okay? Du machst das toll. Ich scheiß ganz, wenn ich weiß... Wirklich? Boah, du Scheiße! Wer war das? Leck mich am Arsch. Sir, ich entschuldige mich für mein fünfjähriges Kind. Böser Butch, bleib da sitzen und isst deine Fischnuggets. Fischi-Nuggets! Es geht los. Donnerbuddies fürs Leben. Yes, yeah! Perfekter Spiralwurf. Scheiße, was ist los? Sei vorsichtig damit, ja? Schon gut, ist nicht geladen. Toll, jetzt ist meine scheiß Nase abgegangen. Oh, ich bin ja. Du meinst Dresden supposedst. Ich bin ja Vielen Dank.